Herzlich Willkommen zur Lichterfeier aus Taizé. Herzlich Willkommen zur Lichterfeier. 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 Amen. 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 Wer Christus nachfolgt, wird nicht in der Finsternis gehen, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Amen. Amen. und in die Lieblingssfeuer in der größten des Teufels, En für die Tendresse, tout die anzunehmen, wir betrachten Sie. Hier! 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 Amen. Liebender Gott, wir beten für alle, die unter Waldbränden, Überschwemmungen oder an den Folgen von Erdbeben und Stürmen leiden. Schenke ihnen Hoffnung in ihrer Not. Liebender Gott, wir beten für alle, die wir beten für alle, die wir beten für alle, die wir beten. Wir beten für alle, die 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 wir beten für alle, in projects or commitments for the care of our planet, we pray to you. Amen. We pray to you in peace. 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 On today's International Day of Nations we pray to those who live in different countries in the world under torture. We pray to you in peace. 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 Amen. It is Christ who died, Christ who rose again, at the right hand of God he prays for us. Amen. 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 Du nos bendices, Jesus el Cristo, y tú nos amas siempre hasta en nuestra noche. Tu ci benedici, Dio di tenereza, rafforza in nostri cuori nella fiducia que tu ci ami. Auferstandener Jesus, so wie tu deine Jünger gesegnet hast, sagst tu heute zu uns, Ich bin für immer bei euch. You bless us, Holy Spirit, your love for each one of us will never fail. Tu nous bénis, Dieu de misericorde, donne-nous de savoir t'attendre dans la prière et d'accueillir ton regard d'amour posé sur chacune de nos vies. Pâques du Christ ressuscité, passage de la mort à la vie, Alleluia, 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 Chantez au Seigneur un chant d'ouvreau, Alleluia, Alleluia, Carly na fête de veveille, Alleluia, Alleluia, Zum Schall der Trompeten und Hörnern, Jauchzt, jauchzt, jauchzt vor dem Herrn, Alleluia, Alleluia, Ihr Ströme klatscht in die Hände, Jeppene jubeltenko, Alleluia, Alleluia, Let the sea and all within its thunder, Alleluia, Alleluia, The world and all its peoples, Alleluia, Alleluia, Let the rivers clap their hands, Alleluia, Alleluia, And the hills sing out their tune, Alleluia, Alleluia, Dieu s'erève par mille acclamations, Alleluia, Alleluia, Le Seigneur aux éclats du camp, Alleluia, Alleluia, Sonnez pour notre douleur Dieu, Sonnez, Alleluia, 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 Popoli tutti l'odate il Signore, Alleluia, Alleluia, La verità di Dio è per sempre, Alleluia, Alleluia, Popoli tutti battete le mani, Alleluia, 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 Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos, La desgrace au Seigneur, il est bon, éternelle, éternelle est son amour. Oui, que le dise son peuple, éternelle, éternelle est son amour. Dies ist der Tag, den Gott gemacht. Lasset uns freuen und fröhlich sein. Lasset uns freuen und fröhlich sein. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich. Ewiglich, ewiglich wird seine Liebe. In my distress, I call to the Lord. God heard my voice and set me free. God is my strength, God is my soul. The Lord has become my saviour. Alleluia, alleluia, alleluia. Amen, amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc Marie, mère de Jacques et Salomé achetaient des huiles parfumées pour aller embaumer le corps de Jésus. Très tôt le dimanche matin, au lever du soleil, elles se rendirent au tombeau. Elles se disaient l'une à l'autre, « Qui va rouler pour nous la pierre qui ferme l'entrée du tombeau ? » Mais quand elles regardèrent, elles virent que la pierre, qui était très grande, avait déjà été roulée de côté. Elles entrèrent alors dans le tombeau. Elles virent là un jeune homme, assis à droite, qui portait une robe blanche, et elles furent effrayées. Mais il leur dit, « Ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qu'on a cloué sur la croix. Il est revenu de la mort à la vie. Il n'est pas ici. Regardez, voici l'endroit où on l'avait déposé. Allez maintenant dire ceci à ses disciples, y compris à Pierre. Il va vous attendre en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. A reading from the Gospel according to Saint Mark. When the Sabbath was over, Mary Magdalene, and Mary the mother of James, and Salome, brought spices, so that they might go and anoint him. And very early on the first day of the week, when the sun had risen, they went to the tomb. They had been saying to one another, Who will roll away the stone for us from the entrance to the tomb? When they looked up, they saw that the stone, which was very large, had already been rolled back. As they entered the tomb, they saw a young man dressed in white robes, sitting on the right side, and they were alarmed. But he said to them, Do not be alarmed. You are looking for Jesus of Nazareth, who was crucified. He has been raised. He is not here. Look, there is the place they laid him. But go, tell his disciples and Peter, that he is going ahead of them to Galilee. There you will see him, just as he told you. O Christ, the Son of God, the Son of God, Alleluia, Alleluia. O Christ, the Son of God, Alleluia, 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 Tu es ressuscitée des morts, Alleluia, 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 Gloire au Père et au Fils Alleluia, Alleluia, Die Frauen gingen in das Grab Jesu hinein und sahen auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der mit einem weißen Gewand begleitet war. Da erschraken sie sehr. Er aber sagte zu ihnen, erschreckt nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, dem Gekreuzigten. Er ist aufgestanden, er ist nicht hier. Die Frauen entdecken in den sepulchern und sahen einen jungen Mann sitzend auf der rechten Seite vestigte Blanke, und standen gegründet. Er sagte ihnen, sie nicht Angst, ihr sucht Jesus in der Farence, der Christen gegründet wurde. Er hat ergeten, er ist nicht hier. 4. X. 9. 10. 10. 10. Heileluja, 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 Heileluja. Heileluja, 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 Heileluja. Heileluja, 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 Heileluja. Jubelt und freut euch eben im Herrn. Er hat Großes an uns getan, jubelt und freut euch, fürchtet euch nicht. Alleluia, Alleluia. Jubelt und freut euch über den Herrn. Er hat Großes an uns getan, jubelt und freut euch, fürchtet euch nicht. Alleluia, Alleluia. Jubelt und freut euch über den Herrn. Er hat Großes an uns getan, jubelt und freut euch, fürchtet euch nicht. Alleluia, Alleluia. Jubelt und freut euch über den Herrn. Er hat Großes an uns getan, jubelt und freut euch, fürchtet euch nicht. Alleluia, Alleluia. Jubelt und freut euch über den Herrn. Er hat Großes an uns getan, jubelt und freut euch, fürchtet euch nicht. Alleluia, Alleluia. Jubelt und freut euch über den Herrn. Er hat Großes an uns getan, jubelt und freut euch, fürchtet euch nicht. Alleluia, Alleluia. Jubelt und freut euch über den Herrn. Er hat Großes an uns getan, jubelt und freut euch, fürchtet euch nicht. Alleluia, Alleluia. Jubelt und freut euch über den Herrn. Er hat Großes an uns getan, jubelt und freut euch, fürchtet euch nicht. Alleluia, Alleluia. Jubelt und freut euch über den Herrn. Er hat Großes an uns getan, jubelt und freut euch nicht. Er hat Großes an uns getan, jubelt und freut euch nicht. Alleluia, Alleluia. Jubelt und freut euch über den Herrn. Er hat Großes an uns getan, jubelt und freut euch nicht. Er hat Großes an uns getan, jubelt und freut euch nicht. Amen. The kingdom of God is justice and peace and joy in the Holy Spirit. Come, Lord, and open in us the gates of your kingdom. The kingdom of God is justice and peace and joy in the Holy Spirit. Come, Lord, and open in us the gates of your kingdom. The kingdom of God is justice and peace and joy in the Holy Spirit. Come, Lord, and open in us the gates of your kingdom. The kingdom of God is justice and peace and joy in the Holy Spirit. Come, Lord, and open in us the gates of your kingdom. The kingdom of God is justice and peace and joy in the Holy Spirit. Come, Lord, and open in us the gates of your kingdom. The kingdom of God is justice and peace and joy in the Holy Spirit. The kingdom of God is justice and peace and joy in the Holy Spirit. The kingdom of God is justice and peace and peace and joy in the Holy Spirit. The kingdom of God is justice and peace and joy in the Holy Spirit. The kingdom of God is justice and joy in the Holy Spirit. The kingdom of God is justice and peace and joy in the Holy Spirit. Amen, 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 Amen. Die Lichterfeier aus Taizé. Jeden Samstag neu ab 22 Uhr im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE